Was ist das für Wissenschaftler? Ja, als Wissenschaftler muss man sich, glaube ich, heutzutage unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Also ich persönlich sehe es als ein großes Problem an, dass wir einerseits diese Anforderungen aus Forschung und Lehre haben, die wir ja gerne machen, und auf der anderen Seite eben sehr viel administrativer Aufwand ist. Da bricht doch sehr viel an Bürokratie über uns herein. Da bereitet uns ja auch keiner drauf vor. Wenn man jetzt Forscher ist, will man jetzt nicht unbedingt Manager werden, aber heutzutage ist es doch vielfach auch ein Managementjob. Ich habe jetzt einen Bereich, wo ich über zehn Mitarbeiter habe. Die muss man natürlich auch alle koordinieren, und das ist etwas, was man durch sein Studium nicht lernt und auch nicht quasi jetzt mit der Berufungsurkunde in die Hand gedrückt bekommt, wo das klar ist, wie ich da jetzt damit umgehen soll. Das empfinde ich durchaus manchmal als herausfordernd. Ich finde es jetzt vielleicht nicht als ein großes Problem, aber es ist jeden Tag doch durchaus wieder eine neue Überlegung, wie ich damit umgehe. Durch das ist einfach immer noch.